So musste sie mich nur überlassen. Sie war das Einzige, das ich noch hatte. Und jetzt ist sie weg. Was ist denn nur mit ihr geschehen? Moment. Was ist los? Beten und verseglen. Wie wäre es mit ihr? Ja. Die Bibel lesen. Ich will mit ihr nichts zu tun haben. Schaden kannst du mir ja nicht. Vielleicht ist da doch was dran. Und jetzt ist es los. Oh. 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 Vielen Dank.